Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Lucky Blocks mit Alliboy-Masi-Tricks. Willkommen zu einer weiteren Folge Lucky Block Battle an diesem wunderschönen Mittwochmorgen. Scheiße, es ist Dienstag. Es ist Dienstag, Leute, wunderschönen Dienstagmorgen. Wie ist das Wetter bei euch? Du hast eine Frage, Masi hat eine Frage. Heißt es eigentlich eine Runde Lucky Blocks? Weil es sind ja keine Runden, es ist ja eine Strecke. Zu einer neuen Strecke Lucky Blocks. Zu einer neuen Folge Lucky Blocks. So, denn wir haben heute hier die neuen Horror Lucky Blöcke. Und weil wir nicht wissen, ob die gut oder schlecht sind, haben wir dazu noch die Demon Lucky Blöcke genommen dahinter. Und ja, wir machen Lucky Race und dann Battle und 3, 2, 1, go, Masi! Du bist ein Arsch, ich war noch nicht mehr so schnell. Mein Finger war noch nicht mal ready. Oh, ich habe ein Schwert bekommen. Oh, der Root Sandstormsword habe ich bekommen. Der Root Sandstormsword? Ich bin so schlecht. Ich wollte dich wählen, wenn dir das gefallen. Ja, läuft bei... Oh, nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss hier warten, ich muss warten, ich muss warten. Tschüss, Masi, mach's gut. Wir sehen uns, wir hören uns irgendwann nächste Woche. Oh mein Gott, ich bin tot. Du bist mal nächste Woche bei einer neuen Runde Lucky Blocks? Ja, bei einer neuen Runde Lucky Blocks. Oh, oh, oh. Oh, B bueno. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was denn, constitu? Was denn? Oh, Sch questions. Das ist jetzt auch lustig. Die, möchte ich auch. Oh, ich habe Horrorboots bekommen, heute können die nicht Sind die besser, oh, ne, die sind gut Die sind gut Das ist nicht nice, dass du schneller bist als ich, ne? Das ist gar nicht nice Ich bin hinter dir, Johannes Ihr Paket ist unterwegs Oh, da kommt ein tolles Paket Oh, Leute, das wird cool Da wird die Tage ein Video kommen Lasst ihr euch überraschen Das lese ich gerne, ihr Paket ist unterwegs Ja, 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 ja Da könnt ihr euch überraschen lassen, Leute. Was hast denn du dir bestellt? Ja, das darf ich nicht verraten. Ein Tipp, ein Tipp. Nein, gar kein Tipp, gar kein Tipp. Das ist, das ist, ich habe einen neuen Partner, Leute. Und es hat leider ein wenig gedauert, bis das Ganze startet. Aber jetzt ist das, jetzt endlich bald soweit. Ich hoffe, mein Paket kommt jetzt sehr bald. Sein Partner heißt Jonas. So, und wenn das denn losgeht, Leute, ohne Scheiß. Das ist, ich freue mich super, ich freue mich unglaublich über diese Partnerschaft. Und ich bin so froh, dass es jetzt endlich losgeht. Der Start geht und dann kommen die nächsten Videos zu. Dann kommen, ich generell möchte ja bald mal wieder ein bisschen mehr Facecam-Videos machen. Und da werde ich euch dann so, denis, so kleinen Vlog oder sowas machen, wo ich euch heute lerne, was dann überhaupt wache ist. So, wir spielen aber Lucky Blocks deswegen. Du, aber ganz ehrlich, hier in Lucky Blocks, ne, Lucky Blocks. Übrigens, Leute, ihr könnt gerade noch, nur noch heute, könnt ihr für, wenn ihr, ich erinnere mich gerade, für CSGO, einen Skin gewinnen. Und zwar Knife. Ein Knife im Wert von 100 Euro. Ein StatTrak M9 Bayonet Knife. Scotch, das müsste das, glaube ich, sein. Also so 100 Euro wert. Das Ganze läuft über Twitter. Ich verlinke euch das Ganze einmal in der Beschreibung. Ich mache das zusammen mit Daddy-Skins. Ich stelle das zur Verfügung. Über mein Twitter-Account wird das verlost. Dafür müsst ihr einfach nur Daddy-Skins folgen, mir folgen, den Tweet favorisieren und den Tweet retweeten, um teilzunehmen. Und heute Abend werde ich auslosen, wer gewinnt. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. So. Und generell, wenn ihr über WarCock könnt ihr euch mal bei dem Video, was ich euch in der Endcard verlinke, mal vorbeischauen. Wenn euch generell CSGO-Skins, Kram, Sachen interessieren. Ich habe da eine Seite gefunden, die ist im Moment unglaublich cool. Ich habe da heute alleine schon wieder 29 Cent ausgegeben, eine Milch-Spec-Kiste aufgemacht. Oh mein Gott! Und 20 Dollar auf den Kopf verfickte Scheiße! Egal, ist mir egal, egal. Ja, ja, pass auf! Boah! Was? Leg dich nicht mit mir an, Masi! Was soll das jetzt? Übrigens, hier können wir bei Masi vorbeischauen auf dem Kanal. Der Link ist unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da sind übrigens auch alle anderen Lucky-Lucky-Menschen hier in der Beschreibung verliegen. Schaut einfach mal vorbei. Kannst du übrigens seine 30.000 da rein? Woo! Yay! Viel Spaß mit ihm. Oh. Das ist ein Negativ-Effekt. Du Arschgeige! Das kriegst du so hart zurück. Ja, nein! Fick dein! Fick dein! Fick dein! War das klar, Alter? Die hat mich fast runtergeschubst, die Arschgeigen hier. Der Öl hat Probleme. Der Öl hat Probleme. Ui, 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 ui. Etwas, was mir hier gefehlt hat, äh, was mir definitiv gefehlt hat, ist ein Helm. Den hab ich jetzt. Ui. Was hab ich jetzt bekommen? Oh, hab ich hier irgendwo was zu essen? Ja, ich hab was zu essen. Alla verweiler hier, ey. Ich wär, äh, ohne Scheiß, es wär richtig böse geendet. So wie das jetzt. So wie das, ja? Ich würde nicht. Masi, lass mich in Ruhe, sonst töt ich dich. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich hab überlebt. Hast du das gesehen? Ja, das hab ich gesehen. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Maxi, komm, weißt du was wir machen? Stopp! Du Arschgesicht! Du hörst den letzten Blatt verkämmt! Du hättest halt einfach gewinnen können, Alter! Du hättest halt gewinnen können, ey. Der letzte Block und du hast es verkackt. Komm, lass machen, Eddy. Lass machen, komm, Eddy. Lass lieber machen. Bereit? Ready. Warte, eine Sekunde. Das dahin, das dahin, das dahin. Ach, grumm. Machst du noch früher als Putz oder was? Nee, ich bin jetzt, ich bin bereit in das, 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 das. Das hab ich vergessen. So und das dahin. So, Game Mode. 0, Slash, Spawn Point. 3, 2, 1, go. Yeah. Der Masi ist hier. Oh shit, ich dachte, das wäre eine Lucky Potion. War aber keine Lucky Potion. Habe ich mich geirrt, ne? Das war wohl keine Lucky Potion, in dem Sinne. Und du, Masi? Warte, jetzt komm nochmal ran auf den Meter. Das Problem ist, ich verliere gerade Leben, was gar nicht gut ist. Wie das Leben? Wow. Hey, ich verliere Leben. Jetzt. Wo bist du? Ali! Woanders. Ali, ich bin euch. Wo bist du? Du, ich such dich gerade. Ich such dich, Masi. Nein, ich such dich, Ali. Eddie Spice? Ja, was denn? Wo bist du? Rennen wir in die gleiche Richtung und den Baum herum? Ja, ich glaub, das tun wir. Ich glaub, das machen wir, ja. Ich hab grad die Richtung gewechselt. Dann würdest du mich verarschen, oder was? Nein, würd ich niemals tun. Nein, würdest du doch nicht tun. Nein, wie kommst du darauf? Der Early, der mit Abstand Netteste, der mich noch nie im Leben verarscht hat. Nein, nein. Nein, nein. Masi, sowas würde ich niemals machen. Nein, nein. Du doch nicht. Nein. Wie kommst du darauf? Nein. Aber und das Scheiße, was denkst du von mir? Ups. Das ist auch ein bisschen behindert. So. Oh Mann, bin ich bescheuert. Jetzt seh ich gar nichts. Oh, das hätt ich vielleicht nicht verraten sollen, dass ich gar nichts seh. Ähm, yo. Nee, ich seh wirklich nix. Ja, das ist doch gut. Ich seh keinen Meter. Ich kann nicht schlagen. Oh, ich hab dich getrocknet. Oh, lol. Ich hab noch nicht mal was gesehen. Du bist fucking lacker, Alter. Ich bin wirklich lacker. Also das Problem ist, ich kann noch nicht mal schlagen. Ich weiß gar nicht, was ich hier tu, grad. Ohne Scheiße. Du kannst einfach Flash Kill eingeben. Nein. Nee, ich werd ja kein Leben abgezogen, aber dann bist du die Scheiße los. Oder ich tötet dich einfach. Nein, ich hab dich gar nicht getötet. Nein, das war ich. Und jetzt bist du getötet, Alice Boys. Mach mal. Ja, wenn ich dich finden würde, ne? Ja, das ist halt nicht so einfach, ne? Ohne Scheiße, bist du unsichtbar? Nein. Wie kommst du darauf? Du doch nicht. Du doch nicht. Ich bin ein motherfucking Ninja. Ja, was für ein Ninja du doch bist. Du bist höchstens ein kleines Ninja Baby oder sowas. Ein Ninja Baby, ja genau. Nein, nein. Zieh die Sachen schneller an, doch. Guten Tag, Masi. Möchtest du mich schlagen? Hier, guck mal rechts zu dir steh. Schlag mich. Loll, what the fuck? Du hast dich selbst getötet, Masi. Nur so kurz zu deiner Info. Warte, warte. So, jetzt kannst du nochmal. Ohne Kartoffeln, was machst du hier? Jetzt wirst du... Nee, 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 nee. Masi, wenn du Sachen in der Hand hast, seh ich nicht übrigens, ne? Ach, ich bin auch unsichtbar. Hm, das wusste ich gar nicht. Ach so, ja, okay. Ich glaube, meine einzige Chance ist, es einfach zu überleben. Siehst du die Pfeile? Nein, die seh ich nicht. Wie kommst du nur darauf? Ich hab keine Ahnung, wo du bist, Masi. Masi, wo bist du denn? Hallo, Masi, ich seh dich nicht. Oh, hier bist du. Guten Tag. Nee, ich seh dich nicht. Du bist ja unsichtbar. Oh, Mensch. Jetzt hab ich dich ausgesehen getroffen, Masi. Aber weißt du was? Ich töte dich jetzt einfach. Hey, ich kann dich immer noch nicht schlagen, Mann. Meine Waffe scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Fuck. Ich fall aus der Welt. Tschüss. Fuck it. Ja, das ist, würde ich sagen, würde ich sagen, hinter dir, Masi. Nein, stopp, stopp. Und wer? Und wer? Mann, ich hatte ja gar keine Chance. Ah, die hattest du nicht. Ich hatte doch einen Aufstufe göttlich, jedes Mal, wenn du mir Schaden zu verfügen hast und du den zehnfachen Schaden zurückbekommen. Warte, 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 warte. Ich will dich versuchen, schnell zu schlagen. Warte mal, lass mal festen. Wo bist du? Wo bist du? Warte, schnell, kommst du zurück auf mich zu schlagen? Hier, tu ich gar nicht. Heinz? Okay, warte, 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 warte. Du machst mir ja gar keinen Schaden. Das ist meine stärkste Waffe, die ich habe. Ja, läuft. Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst uns einen Dabschneum da. Ich und Masi werden uns darüber freuen, wenn ihr das tut und werden wir uns hoffentlich in der nächsten Runde wiedersehen. Schaut auf jeden Fall da im Schreiben vorbei. Ich verlinke euch, wie gesagt, dort einmal das Giveaway von Twitter und schaut auf jeden Fall auf der Endcard jetzt vorbei bei dem Video, was ich euch da verlinke. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Masi vorbei. Hallo. Tschüss Jan.